Heute wieder etwas extravagantes bei Klaus. Wir sehen schon mit der Farbe Schimmern eine tolle Farbe. Erzähl, was geht da? Das ist ein Pferdetransporter, ein DAF 500 Wasser auf 530 PS. Nein, ich muss immer laut sprechen, sagst du ja immer. 530 PS ist ein Pferdetransporter und den bauen wir um zum Wohnmobil. Da kommt es hinten, wo die Pferdeabteil ist, zeige ich dir gleich, kommt eine Pkw-Garage rein, die Auffahrrampe wird genommen, siehst du dann schon, und oben drüber wird dann ein Bett gebaut. Im Endeffekt, wie im Wohnmobil auch, das ist ein 12-Meter-Fahrzeug, hinten mit Lenkachse, genauso wie der Concorde Centurium Liner, also der 3-Achse. Also eine interessante Geschichte gibt das, viele Klappen sieht man da und du darfst da wieder dein schönes Holz einbauen, mit Glanz, am liebsten Schweizer Holz. Ich fahr dir mal rein in die Halle 1 und dann zeige ich dir das mal, wie das jetzt aussieht und der Jörg holt gerade die neuen Auffahrrampe, die wir hinten einbauen wollen und das muss ein bisschen umgebaut werden. Dürfen so kleine Männer mit so großen Fahrzeugen fahren? Ja, wenn man 56 ist, ja. Ich habe extra noch meinen Führerschein letztes Jahr verlängert gekriegt, also fünf Jahre darf ich mindestens. Ich muss da auch extra einmal Gesundheit machen. Check machen, alle fünf Jahre. Das wäre die Stromzufuhr, die muss weg und man sieht, weiss wie viele Klappen. Das ist wie ein Weihnachtskalender. Gut, steig rein, der geht glaube ich jetzt eben in die Halle. Ja, der ist 25.000 runter, der hat noch nicht viel gelaufen, das ist hinten drin, ist irgendwie neu. Und der Pferdebesitzer, der hat plötzlich keine Pferde mehr oder das war ein wahrscheinlich abgekauft irgendwo? Also, ich weiß, ich kann es ja gar nicht sagen, das hat der Daniel mit dem Kunden gemacht und das weiss ich gar nicht genau. Zwölf Meter ist schon nicht zu unterschätzen, man sieht es, wie man manövrieren können muss oder sollte. Sonst hat man auf dem Stellplatz schon Mühe, gell? Hier sehen wir schon. Hast du das gemacht? Nee, das war ich nicht. Das war ich nicht, aber wir machen das nicht. Aber das kommt vor. Das muss man schon sagen. Zwölf Meter ist schon ein langes Fahrzeug. Aber auch öfters mal bei Fahrzeugen, auch bei den Centurium, dass du am Heck hinten kaputt hast, dass sie aufsitzen, das passiert schon. Gut. Wollen wir mal probieren, ne? Vorsicht! So, bauen wir das um. Die Heckklappe um. Weißt du, ich muss mit normalen Auszügen machen, dass sie mit dem Auto hochfahren rennt. Aber sehr steil, oder? Ja, deswegen. Das messen wir nachher mal aus. Der Jörg hat schon mal hier so Offerrampen geholt, dass wir einen gewissen Winkel mal gucken, wie der Winkel passt. Und ein IQ soll rein. Für einen Toyota. Und hier habe ich noch ein paar Offerrampen stehen. Und das wollen wir mal passend machen, anpassen. Verkürzen vielleicht. Das sind so Rampen, die wie beim Concorde drin sind. Weißt du, wo du hier die rausziehen kannst. Das ist ja alles zu lösen. Das ist viel schwerer. Andersrum. Andersrum. Aber weiß ich nicht. Dann habe ich überlegt, wenn wir doch einfach was hätten, was sauberes, was du hier aus Edelstahl... Es gibt doch so Reige, weißt du, was du klappen kannst. Weil das ist ja nie alles Edelstahl. Wenn du jetzt so kalt einfach etwas, was du so ausklappst, dass du den Fuß hier ausklappst. Einfach mit dem Fuß auch so aufgesetzt. Einfach nichts mit... Weil das ist alles kompliziert. Wenn du einfach aussetzt und dann verändert sich das. Klar, guck mal, der kann vorne hoch. Ja, und dann kommt oben drüber, wie das normal im Wohnmobil auch ist. Die rechte Tür wird festgesetzt. Und dann kommt so ein Boden drin, ein Bett soll rein, ein Schlafzimmer. Im Endeffekt ist das nachher genauso wie beim normalen Wohnmobil auch, wie bei dem anderen Fahrzeug auch. Also hier soll ein Bett rein und wie muss man sich das vorstellen? Ja, im Endeffekt, wie das bei den anderen Fahrzeugen auch ist. Hier steht das Auto dran. Das Auto ist, glaube ich, 3,60 Meter. Und dann machen wir hier eine Platte rein, wie das bei den Concorde oder Morelos allen ist, wo die Garage drin ist. So, du hast den Hauptschalter gefunden. Ja, zeig mal, zeig mal da, wie verbauen sie das. Das ist hier von Wittron. Wechselrichter dran. Ich weiß gar nicht, was da für Batterien drin ist. Mal gucken. Oh, da ist ja schon groß. Normale Toilette und Dusche gleich um die Ecke. Dusche. Und da das Ganze hochfahren. Dann gehst du hier oben, dann kannst du da oben schlafen. Ach so, ja. Das hast du schon mal gesehen. Ja. Aber das kann ich jetzt hier alle mit tun. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, wenn du jetzt hier weiter gehst. Jetzt muss ich auch erst gucken, wo die Schalter sind. Hier sind die Schalter. Wie ist die Küche? Edel, schön. Wahrscheinlich kannst du hier die Bank umbauen zum Bett. Die Eckbank. Mikrowelle. Hier wird der Kühlschrank ist hier drin. Und wenn du das so anschaust, das ist gute Arbeit. Ja, das ist in Ordnung. Gut, die haben bei einem 3-Achser, da hast du ja überhaupt kein Problem. Da kannst du nicht, was du willst. Ja, jetzt guck mal hier, die haben die 3 cm in eine Steinarbeitsplatte hier reingebaut. Das ist wie eine Küchenplatte zu Hause. Die wiegt schon ein paar Kilo. Jetzt muss man sich eben vorstellen, dass dieses ... Die haben hier, siehst du, die haben einfach verglaste Fenster. Hier steht auch hier IJK. Rostrax. Ich glaube, das sind Holländer, die das bauen. Das ist halt das Einfachste, aber gut. Wollen wir nicht. Das ist normale. Gut, du musst ja mal sehen, die Pferdetransporter sind halt ... Die fahren ja von März bis Oktober. Die müssen nicht zwingend wintertauglich sein. Ich glaube, wenn du da hier noch mit dem nach Sechsen fährst, bei 15 Grad Minus. Im Wintersport kannst du, glaube ich, nicht mehr machen. Ist auch ein bisschen das Problem, die Sliders hier, die sind ja auch nicht für wintertauglich. Die sind ja auch nicht. Eben, dieses Teil geht sich vor ... Was sind das? 70, 80 cm. Ja, ja. Geht weit raus. Mal gucken. Hier siehst du, ich habe wieder das alte Maßband. Von der Messe. Das hat mir Martina geschickt. Das andere ist schon wieder kaputt. Ich habe ja gestern ein neues Geschenk bekommen. Von meinem Sohn. Zum Geburtstag. Toll. 1,20. 1,20 geht das raus. Das gibt ein schönes Raumgefühl hier. Das Leder ist auch schön. Ja gut, der ist ja noch neu. Der kann nicht. Ich weiß gar nicht, das brauche ich. Aber ich vermute mal. Vier Jahre, drei, vier Jahre. Ja. Das sieht genau aus. Ja. Wenig Kilometer. Ja. Da kann man was draus machen. Ich habe auch gesehen, hier hast du noch eine Gurte. Das heisst, zwei Gurten und vier Sitze vor. Vier. Also du kannst zu acht gehen. Ich schätze mal. Drei Monate wird es dauern. Drei Monate. Sehen wir uns dann wieder, wenn er fertig ist. Genau. Jetzt geht er erstmal zur Karosserie. Hinten Reparatur machen. Karosserie. Dann lackieren. Dann die Klappe festsetzen. Einfach Rambe machen. Und dann fangen wir mit den Möbel an. Schön. Gut. Gut. Also sehen wir den wieder. Tolles Objekt. Ja. Schaut auf, da ist eine Stube. Was ist das nächste? Spinter, oder? Klaus, was passiert da? Das ist ein Sprinter als Verlängerung, so eine Skibox. Weisst du? Und die bauen wir jetzt hier hinten dran. Für Elektrofahrräder und alle drum und dran Sachen. Wenn du hier vorne guckst, da hat er einmal Stecker dran für die Anhängerkupplung. Jetzt hat er sie weggezogen. Ja. Und einmal Stecker für Strom. Mal den Auszug drüber. Das sind wir zur Kühlschlafboxen. Das haben wir hier reingebaut. Dahinter sind die Batterien. Drei Master Volt. 400 Amperestunden. Also eine, ne? Also 1200. Da sitzt da hinten. Schon Strom ohne Hände. Da hast du schon, ja. So. Und dann hast du hier. So. Gut. Und hier Fliegengitter. Das ist Fliegengitter. Ja. Fliegengitter. Ganz von hinten auch aufmachen. Und jetzt, wenn der mal die Box ab ist und guckst hinten raus, ist das auch cool. Das ist schon schön, ne? Dann fehlt noch die Matratze. Die kommt noch ein. Ich hab gehört, der geht morgen raus. Morgen geht der rausgelegen. Oder morgen ist übergegangen. Aber der hat so viel Technik. Da hast du. Guten Tag. So zu erklären. Aber gut. Die bleiben auch hier am Wochenende. Am Stellplatz stehen. Da zur Not kann man hier Montags auch noch mal was machen. Weil das ist ja immer mal was. Also wir wollen uns nichts vormachen. Du kannst ja nicht alles 100 Prozent ausprobieren. Weil jetzt kann ja kein Mitarbeiter hier auf die Toilette gehen. In meinem neuen Auto kann er ein paar Drohnen reinlegen. Das will ja auch nur kein Kunde. Also das muss der Kunde ja mal selber machen. Und so ist es auch mit dem Duschen. Du kannst probieren in der Dusche. Wasser läuft. Warmwasser, kaltwasser. Aber er stellt sich ja nicht rein und duscht dich. Jetzt Klaus, mir fällt auf. Angefangen hast du mit dem Sprinter Mercedes. Ja. Jetzt steht in der Zwischenzeit ein M1 hier. Ein Inveco habe ich gesehen. Ja. Ducato wird auch bald kommen. Ja. Das heißt du bist in der ganzen Kastenwagen, im ganzen Spektrum da jetzt voll aktiv. Ja. Ja. Hätte ich so eigentlich gar nicht gedacht. Aber das hat sich jetzt so ergeben. Und da ist auch eine gute Nachfrage. Also ich sag mal, wir machen hier hochwertige Einrichtung. Von, wie hier das Fahrzeug, von der hochwertigsten Einrichtung. Als Festausbau über die modulare Systeme. Das kennst du ja. Und das ist halt, muss ich sagen, das ist schick. Ist stabil, was wir da einbauen. Also ist ja noch nicht fertig hier bei dem. Die sind ja alle neu. Und ist halt auch flexibel bist du damit. Und das funktioniert sehr gut. Ist halt für Berufstätige eine sehr gute Sache. Ja und das machen wir jetzt hier auf MAN. Aber der MAN ist dasselbe Auto wie der VW-Kräfte. Also ist eins zu eins das gleiche. Wird auch gebaut. Ja und neu haben wir jetzt dabei Iwiko Dedi. Das ist der blaue. Das ist der blaue. Der ist jetzt ohne Allrad. Und das war die Martina. Das war die Martina. Hallo Martina. Grüß dich. Und ist sie da? Ja, warte. Tschüss. Jetzt mal Lieferfristen. Das ist auch ein Thema bei Fahrzeugen. Woher kriegst du die? Das sind immer Kundenautos. Also wir kaufen im Endeffekt kein Auto. Die Kunden stellen die Autos. Und da ist halt momentan, wir sind ziemlich ausgebucht. Aber es geht doch mal jetzt zwischendurch ein Auto dazwischen zu schieben. Wenn einer ein Auto hat, einen Kastenwagen, kann man den sogar manchmal kurzfristig ausbauen. Weil wir zum Beispiel selber haben ein Fahrzeug bestellt für Juni. Und das sieht noch nicht so aus, dass das kommt. Und der Bauplatz ist ja frei. Also kannst du jetzt immer ein bisschen jonglieren. Und das ist schon machbar momentan. Und wie gesagt, jetzt sind wir in Iveco Deli. Danach möchte ich dann auch nochmal mit dem Fiat Ducato anfangen. Weil da ist auch schon die Nachfrage groß. Aber wir hatten uns am Anfang auf Mercedes beschränkt. Aber ich sag mal, jetzt ist auch durch die ganze Lieferzeit, man muss ein bisschen flexibel jetzt sein. Und du musst ja nur andere Maße eingeben, das Konzept besteht ja. Das Konzept ist immer das gleiche. Ist halt nur innen drin eine andere Bauform. Ja. Aber wenn du hier guckst, der Iveco ist von der Sache her ein bisschen kastiger. Bisschen eckiger. Und ich glaub, der Fiat Ducato oder S noch mehr gerade. Du könntest das auch mit dem Ford Transit machen. Aber ich glaub, in der Wohnmobilbranche ist der Transit gar nicht so ein Fahrzeug, was genommen wird. Nein. Der Deli wird halt viel genommen, aber auch nicht direkt als Kassenwagen, aber hier als Fahrgestell, weil er hohe Nutzlast hat. Das sind 6 Meter, oder? Das sind 6 Meter. Da müsst ihr genauso lang sein. Und der nebendran? Allrad? Ja, Allrad. Das ist ein Kundenfahrzeug. Das hat jetzt ein Kunde gebracht? Ja. Und die Idee besteht schon? Ja. Also der war ab Werk so. Hier kommt noch einer Dachloggen rein, Fußboden kommt raus, da kommt hier so ein Fußboden rein. Hier oben mit dem Schienensystem. Kennst du ja dieses, von Schnierle ist das Fußboden-System. Hier ist es reingebaut. Siehste, hier ist das Fußboden-System. Ja, das kriegen wir, ja. Das war auch so, das Fahrzeug war schon mal hier. Da haben wir nur die Fenster reingemacht und den Boden rein. Und den Rest wollte der Kunde selber machen. Und wie das manchmal so ist, hat er doch keine Zeit mehr. Und jetzt tun wir das Fahrzeug isolieren und fertig ausbauen. Das ist jetzt die Isolierung, die du jetzt an der Wand hin machst. Ganz genau, 2 x 25. Das klebt schon einfach auf. Das ist auch mal flex. Ja, 20 ist das. 2 x 20, also hast du 40 Isolierung. Aber man sieht es ja, ist dann flächenbindlich. Das ist so ein Hersteller, weißt du, hast du schon mal bei den Bussen gesehen? Gibt ja diese Busse. Und da, davon ist das so eine Skibox. Und wie gesagt, hier hast du einmal normal für die Beleuchtung. Und das ist ein Anschluss. Ich weiß nicht, ob sie unten drunter haben sie wahrscheinlich noch einen Stecker gemacht. Die Masse wird unten drunter angestockt. In der Mitte hinten drin. Fahr mal ein Stück hoch. Ja, gut. Siehst du? So, und jetzt liegen hier drin, das wird noch verkleidet. Und hier kommen dann die Fahrräder rein, ne? Weil das ist schon für die Fahrräder gemacht. Und da, was hast du da hier reingemacht? Warte mal, was ist da drin? Das ist Heizung. Und Steckdose. Und hier kommen Ablager dann rein? Da kommt jetzt die Bodenablager rein, das war's. Hier ist hier frei, damit du die Fahrräder reingehst. Dann kommen die Fahrräder rein, da oben ist Ablager, ja? Genau. Ja, und das war so eine fertige Box. Die haben wir dann lackieren lassen, ne? Klaus, kann er die schlussendlich wegdrehen? Ja. Ja, wir kommen hier Bolzen rein. Siehst du? Wenn wir die Bolzen reinmachen wollen. Bolz er. Seid ihr soweit? Und? Ach so, und wieder dran? Gut, perfekt. Und unten noch eine. Kamera? Ja. Oben eine. Oben eine Rückfallleuchte. Ja, man muss zu viert sein, wenn man das montieren will. Alleine geht's nicht. Alleine geht's nicht. Aber ist auch nicht die Idee. Ich mein, wegklappen kannst du's alleine. Jetzt hier die Bolzen nachher. Jetzt wird das nochmal nachlackiert nachher, ne? Ja. Ja. So, wann habt ihr angefangen mit dem? Weißt du das? Oh, das ist ein Jahr jetzt hier. Oben Klimaanlage, SAT-Anlage, Solar. Solar, alles. Und die Spezialität. Slide-out. Slide-out, Fenster. Und die Fenster, Sicherheitsfenster. Ja. Und das auch vorne. Das ist aber alles auch Geschmackssache. Ja. Aber es scheint ein tolles Auto zu sein. Unikat, einmalig, ne? Unikat. Das hat's nicht mehr. Da hast du Vollluftfederung. Kann man einbauen lassen. Ab sofort gilt, Schuhe ab. Schuhe aus. Keine Hunde rein. Nein. Erzähl noch zwei, drei Worte. Tisch. Der wird so eingeschwenkt. Kannst du reinschwenken, kannst du noch auseinanderklappen. Dann hast du hier nochmal zum Abstützen. Die Fahrer und Beifahrer sitzen drehbar. Genau. Hier ist auch noch eine Ablage. Hier, guck mal her. Zack. Überall Haken für Kleiderhaken. Für was ist das? Kleiderhaken. Kleiderhaken. Ja, so Garderobe. Sind auch überall eingebaut. Finde ich eigentlich recht witzig, ne? Aha. Was mir gefällt, dieser Glanz am Holz. Ja, Hochglanz ist das. Schön. Wie letztes Mal habe ich dir ja schon gesagt, Schweizer Birnbaum. Ja gut, unsere Birnbäume, die glänzen eben. Wenn du mal die Schuhe ausziehst, dann darfst du aber ... Damals war die Kaffeemaschine noch nicht da. Die Kaffeemaschine. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Und dazwischen auch Elektro, voll Elektro. Nicht mehr mit Gas, oder? Nein, das ist alles elektrisch. Und er hat gar keinen Garten. Guck hier. Schau mal, guck sie noch mal raus. Und dann geht die Trittstube ein raus. Ja, die ist da unten. Die Trittstube. Wenn die Tür zu macht, geht die automatisch weg. Ja. Das musst du mir hier nochmals zeigen. Ja. Ja. Und sehr gut beleuchtet. Ja klar. Mit Licht, mein Lieber. Ja, hier vorne haben wir Schussbrunnerheizung auch drin. Die Matte. Die ist von Alte. Die wird fertig gemacht. Die Bauern machen die uns immer. Die kannst du ja anfertigen lassen von Alte. Die wird das alles gesteppt. Also das ist richtig geil gemacht. Das Armaturenbrett wird auch noch mal bezogen. Aber das wird später gemacht. Aber Designverkleidungen sind schon gemacht. Das macht eine Firma, ich glaube aus Hamburg eine Firma. Das lässt der Kunde sich da machen. Ja. Schön. Schön geworden. Ne, ist wirklich ein ganz tolles Auto. Und was halt gut ist bei dem Auto, man kann stehen. Ja. Ein extra Hochdach. Ja. Ein extra Hochdach. Du bleibst schön hier vorne stehen. Der Toaster. Das ist der Toaster. Wasser. Kaffeemaschine. Kaffeemaschine. Wasserwärme. Hier siehst du. Hier sitzt. Zack, zack. Oki, zucki. Da kommt die Toilette raus, siehst du. Dann haben wir hier, haben wir eine Verriegelung, eine Hülse gemacht. Siehst du hier im Boden eine Hülse rein. Wohin geht das Ganze? Ja, Wasser. Das muss man mal gucken. So, zack. Und das haben wir extra. Mit dem Wasser. Längeren Stab genommen. Damit der Kunde sich nicht so weit bücken muss. Ja. So, wenn du jetzt hier die Tür kannst. Ich dachte jetzt, dass wir euch Schweizer, ihr seid immer so langsam. Hier siehst du. Hier drin liegt das. Durch dieses Dünne. Ja. Da ist einmal Strom und hier ist Abwasser. Das ist ja eine Zarca-Toilette. Das macht alles klein. Echt? Das macht alles klein. Ah, okay. Guck mal, ich weiß nicht, was du isst. Also, wer normal isst. Da staune ich jetzt, dieses Dünne. Ja. Das habe ich jetzt nicht erfunden. Gut. So, pass auf. Gut. Ich zieh dir jetzt mal deine Schuhe aus. Nochmal her. Mein Lieber. Ja. Du, ich bin noch selbstständig von dem her. Ja, geh ich mal. Weil du kannst ja noch ein bisschen filmen. Aber weisst du, ich habe doch Fußschweiss. Ja, das macht ihr nicht. Sieht ja keiner am Filmen. Richtig. Die Dusche, die ist einfach cool. Guck mal da rein. Die ist doch cool, oder? Wahnsinn. Ist wieder toll geworden. Klaus? Ja? Du machst schon die Tür zu beim Duschen. Nehme ich an. Ja. Ist dem Holz egal, wenn es nass wird? Das ist hochglanzlackiert. Das passiert nichts. Ich glaube, hier kommt sogar ein Spiegel noch drauf. Ist das hier abgeklebt? Ja. Das ist ja die Klimaanlage hier. Ja, das ist die Klimaanlage. Die sind doch richtig schmal geworden. Und überall halt keist dran. Köstchen, Köstchen, Haken. Alles da. Der Haken, der gefällt dir am besten. Ja, ja. Alles klar. Jetzt guck dir mal hier das an. Wir reden immer noch vom Kastenwagen. Das ist gigantisch, ne? Das ist die Spülvorrichtung für Toilette, Licht, Strom. Ja. Und hier der Staubsauger auch schon schön in der Ecke platziert. Das kannst du dann noch rausziehen. Weißt du, da kommt das Matratzenteil rein. Ja. Also ist schön. Und hier die Kopfstützen, die kannst du hochklappen. Die kannst du hochklappen, ne? Hochklappen. Fernseher. Zusätzlich, ne? Fernseher, der zweite. Wie lang sind denn die Beten so? Was ist das? 1,95. 1,95. Das sieht nicht so aus, ne? Genickt. Ja. Was ist denn für Technik? Abwasser. Ja, das Problem ist hier zum Beispiel, das haben wir normal in meiner Garage. Die Sicherung, ne? Die haben wir hier reingemacht, dass du von oben dran kommst. Das machen wir normal alles in der Garage. Und das Problem ist hier, wenn die Box da nicht dran ist. Und fällt eine Sicherung oder geht eine raus, dann musst du immer erst hinten aufmachen. Und das haben wir halt hier geändert, ne? Normal machen wir es hinten hin, kommst du eigentlich auch ganz gut dran. Aber, ne? So wie es ist. Stellplatz. Stellplatz-Thema. Da haben wir ja was gemacht. Die Leute haben reagiert. Ich hab's gemerkt. Die meinten, es sei April-Scherze. Die haben uns nicht ernst genommen. Und in der Zwischenzeit, was ist da abgegangen? Ja, es sind schon viele Anfragen. Gut, man muss auch den Richtigen finden, ne? Also, es muss auch passen. Ich meine, man muss ja über Jahre noch immer noch zusammenarbeiten. Und dann muss auch das Ganze passen. Und es muss für uns passen. Und der, wie soll ich das sagen, die Chemie ausstimmen, ne? Das ist schon wichtig. Es sind ja im Prinzip zwei Sparten. Der Stellplatz und das Restaurant. Ja. Das Problem ist mehr das Restaurant, denke ich. Ja, das Restaurant. Du musst jemanden haben, der Gastronomie kann. Ja. Der weiß, was in Gastronomie zu machen ist. Weil ich sag mal, Stellplatz selber machen, das ist auch Arbeit. Aber das ist jetzt nicht so, ja, schwierig. Weil musst du Rasen mähen und bist ja alles ordentlich machen. Und musst halt auch die Kundenbetreuung, das musst du auch können. Ich meine, das kann ja Michael auch. Genial, macht's ja auch klasse. Und alt Restaurant läuft ja auch. Aber du musst halt auch Restaurant betreiben können. Und du könntest auch locker mal einen Tag mehr aufmachen. Wir machen jetzt vier Tage auf. Aber das hat auch was mit, ja, weil ich es noch zusätzlich mache. Du könntest auch schon mittwochs aufmachen, ne? Also heute Morgen, ich habe ja übernachtet, ich glaube, 15 Autos standen da. Ja, das ist eigentlich gut. Heute reisen die an, ne? Weil ab, merkst du auch, ab heute ist die Gaststätte auf. Ja, und dann kommen die, ne? Das passt dann. Also nach wie vor kommen. Auch wenn es zum Verkauf ist, hat das ja nichts zu tun, wo man hier hinfahren soll oder nicht. Momentan ist alles beim Alten. Ist alles so wie es war. Kein, überhaupt kein Problem. Genau. Also das wird sich auch so nicht ändern. Wir werden versuchen. Weil jetzt, letztes Wochenende war Phoenix Club da. Die haben Treffen gemacht, war gut besucht. Die waren auch so, wo ich gehört habe von den Leuten, die waren auch sehr zufrieden. Davor die Woche war Ostern. War auch gut besucht. Jetzt am Wochenende wird auch wieder gut besucht sein, ne? Ich werde ja wieder vorbeischauen. Wieder Interessantes suchen. Und es ist ja jedes Mal so, auch heute wieder, dass mit dem DAF, habt jetzt mich speziell interessiert. Toll. Die Sprinter-Geschichte kenne ich. Aber dass jetzt eben Iveco, MAN und Ducato dazugekommen sind, wusste ich eigentlich noch nicht. Aber immer wieder was Neues bei Hühnerkopf. Ganz genau. Wie gesagt, Ducato habe ich noch keinen da, aber sind wir am Plan. Kommt noch. Kommt alles. Alles. Alles nach und nach. Gehen wir hin. Gut. War wieder interessant. Herzlichen Dank, Klaus, für die Auskunft. Ja, bitte. Gern geschehen. Und ich hoffe, diesmal war es laut genug. Gut.